Die Idylle ist trügerisch an diesem Pfingstsonntag, denn die Belsdorfer Feuerwehr hat die Nominierung zur Kultwasser-Challenge 2014 der Freiwilligen Feuerwehr Belsdorf angenommen. Aber was bedeutet Kultwater-Challenge? Die Kultwater-Challenge ist im Internet geboren und funktioniert wie eine Art Kettenbrief. Eine Feuerwehr stellt sich der Kaltwasser-Herausforderung, macht so viele Wehrleute in kurzer Zeit nass, wie es möglich ist, filmt dies und stellt dieses Filmchen dann ins Internet. Das alles innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden. Noch in diesem Film werden weitere Löschzüge nominiert, die ihrerseits wieder reagieren müssen. Stellen Sie sich der Herausforderung nicht, müssen Sie, so lautet die Regel, den Herausforderer-Löschzug zum Grillen einladen. Nun, viel Spaß bei der Nominierung. 8. Juni 2014, einen wunderschönen guten Morgen Belsdorf! Guten Morgen Belsdorf! Wir möchten uns bei der Freiwilligen Feuerwehr Belsdorf recht herzlich bedanken für die Nominierung für die Kultwater-Challenge 2014. Wir haben uns hier vorgenommen, in einem Konditions- und Fitnessparcours die Challenge heute zu bewältigen. Dafür bitte ich den Angriffstrupp zum Einsatz vor! Cristo in Ruhe! steht in Ruhe! So, wir nominieren die Freiwillige Feuerwehr Die Freiwillige Feuerwehr Aufwand dreifacher Kunst Schlau Wasser Das Erweiter Ich Töne Das Erweiter Knut Untertitelung des ZDF, 2020